Ich bin jetzt gerade ein bisschen schüchtern, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin angetan von ihm und ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen reden und ein paar Worte finden. Ja, und mal durchatmen. Usually I don't drink, so if I finish that drink, I can guarantee for anything. Ich würde schon gerne wissen, was das bedeutet. Did I say something dirty now? So stelle ich mir ein erstes Date vor.